Woyzeck 1836 schrieb Georg Büchner Woyzeck, eine Tragödie aus der Armutswelt eines Soldaten. Das Fragment geht auf eine wahre Begebenheit, einen berühmten Kriminalfall in Leipzig zurück. Am 21. Juni 1821 hatte der 41-jährige arbeitslose Perückenmachergeselle Johann Christian Woyzeck in Leipzig seine 46-jährige Geliebte Johanna Christine Wost, geborene Otto, Witwe des Chirurgen Wost, im Hauseingang ihrer Wohnung, aus Eifersucht erstochen. Woyzeck war bekannt, dass die Witwe mit anderen Männern vorzugsweise Soldatenumgang pflegte. Schon am Nachmittag hatte er sich das spätere Mordinstrument, eine abgebrochene Degenklinge, besorgt. Nach der Tat ließ er sich widerstandslos festnehmen und gab beim Verhör an, Stimmen gehört zu haben, die ihm den Mord befohlen hätten. Der Verteidiger Woyzecks forderte eine gerichtsmedizinische Beobachtung durch Hofrat Dr. Klarus an. Die langwierigen Untersuchungen, die Woyzecks Zurechnungsfähigkeit klären sollten, hatten den Fall populär gemacht und die Hinrichtung hinausgeschoben, bis diese schließlich doch am 27. August 1824 auf dem Marktplatz zu Leipzig in Anwesenheit einer großen Volksmenge vollzogen wurde. Büchner beschäftigte sich nach dem berühmten Mordfall mit dem Gutachten von Hofrat Klarus, in dem es hieß, Woyzeck zeige zwar Deutliche Kennzeichen von moralischer Verwilderung, habe aber, so Dr. Klarus, Keine Zeichen von Geisterstörungen aufzuweisen. Die Tat sei das Ergebnis von moralischer Verkommenheit und sexueller Zügellosigkeit. Die Stimmen und Visionen seien durch Unordnungen des Blutumlaufs erregt. Büchner verurteilte das Klarus-Gutachten. In einem Brief an seine Eltern im Februar des Jahres 1834 hält er seine Gedanken für sein späteres Fragment Woyzeck fest. Ich verachte niemanden, am wenigsten wegen seines Verstandes oder seiner Bildung, weil es in niemals Gewalt liegt, kein Dummkopf oder kein Verbrecher zu werden, weil wir durch gleiche Umstände wohl alle gleich würden und weil die Umstände außer uns liegen. 1836 vollendete er den Woyzeck. Die erste Aufführung des Woyzeck fand im Jahre 1913 im Residenztheater München statt. Woyzeck, ein einfacher Soldat und Friseur, rasiert in der Kaserne den Hauptmann, um sein geringes Einkommen aufzubessern. Der Hauptmann behandelt seinen Untergebenen mit Herablassung und mahnt ihn zur Bedächtigkeit. Langsam, Woyzeck, langsam, eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindelig. Was soll ich denn mit den zehn Minuten anfangen, die er heute so früh fertig wird? Woyzeck, wie denkt ihr? Er hat noch seine schöne 30 Jahre zu leben. 30 Jahre. Macht 360 Monate und Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? Teil er sich ein, Woyzeck! Jawohl, Herr Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Woyzeck. Beschäftigung! Der Hauptmann verliert sich in melancholischen Betrachtungen über den Lauf der Welt, bezichtigt Woyzeck der Dummheit und wirft ihm fehlende Tugend vor, indem er ihm Vorhaltungen über sein uneheliches Kind macht. Woyzeck, er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist, versteht er, es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind. Ohne den Segen der Kirche, wie unser hoch ehrwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt. Ohne den Segen der Kirche. Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehen, ob das Amen drüber gesagt ist, ehe er gemacht wurde. Der Herr sprach, lasset die Kleinen zu mir kommen. Was sagt er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Woyzeck entschuldigt seinen Lebenswandel mit seiner finanziellen Notlage, die ihn daran hindere, ein tugendhaftes Leben zu führen, und Marie Zickwolf, die Mutter seines Kindes, zu heiraten. Wir arme Leute. Sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal eines seinesgleichen auf die Moral in der Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unser eins ist doch einmal unselig in der und in der anderen Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir Donnern helfen. Der Hauptmann versichert, dass auch er den sinnlichen Genüssen nicht abgeneigt wäre. Wenn ich am Fenster lieg, wenn's geregnet hat, und den weißen Strümpfen so nachseh, wie sie über die Gassen springen, verdammt, Woyzeck, da kommt mir die Liebe. Ich hab auch Fleisch und Blut, aber Woyzeck, die Tugend, die Tugend. Ja, Herr Hauptmann, die Tugend. Ich hab's nit so aus, aber wenn ich ein Herr wär und hätt einen Hut und eine Uhr und eine Angläs und könnt vornehm reden, ich wollt schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Der Hauptmann bricht das Gespräch ab und entlässt Woyzeck. Du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber du denkst so viel, das zehrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh jetzt. Und renn nicht so, langsam, hübsch, langsam die Straße hinunter. Er bezahlt Woyzeck für seine Dienste und schickt ihn fort. Auf einem freien Feld in der Nähe der Stadt schneiden Woyzeck und sein Kamerad Andres, stecken im Gebüsch. Woyzeck hat Halluzinationen und erzählt Andres von dem Fluch, der auf diesem Platz liege. Siehst du den lichten Streif da über das Gras hin? Wo die Schwämme so nachwachsen? Da rollt abends der Kopf. Es hob ihn einmal einer auf. Er meint, es wäre ein Igel. Drei Tag und drei Nächte und er lag auf den Hobelspänen. Andres, das waren die Freimaurer. Ich hab's, die Freimaurer. Still. Andres entzieht sich Woyzecks Visionen und versucht, seine Angst mit einem Lied zu bezwingen, das eine Todesahnung enthält. Saßen dort zwei Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras. Still. Hörst du's? Andres, hörst du? Es geht was. Fraßen ab das grüne, grüne Gras bis auf den Rasen. Woyzeck stampft auf den Boden. Es scheint ihm, als würden sich Gräber öffnen. Es geht hinter mir, unter mir. Hol! Hörst du? Alles hol da unten. Ich wirkt mich. Es ist so kurios still. Man möchte den Atem halten. Andres. Was? Red was. Andres. Wie hell. Wie's heraufzieht. Er zitiert aus dem Untergang Sodom und Gomorras. Über die Stadt ist alles Glut. Ein Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter wie Posaunen. Und reißt Andres ins Gebüsch. Fort! Sieh nicht hinter dich! Woyzeck! Hörst du's noch? Still. Alles still. Als wäre die Welt tot. Hörst du? Sie trommeln drin. Wir müssen fort. Sie verlassen das Feld und gehen in Richtung der Stadt, wo die Trommeln zum Zapfenstreich rufen. In der Stadt steht Marie mit ihrem Kind am Fenster und ist in Erwartung der Militärkapelle. Hey, Pop! Sarasasasasa. 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 Hörst? Da kommen sie. Der Zapfenstreich zieht vorüber, angeführt vom Tamburmajor. Der Tamburmajor erblickt Marie. Margret, eine Nachbarin, steht am Fenster gegenüber und beobachtet die Wirkung, die der Stramme-Major auf Marie ausübt. »Ei, was freundliche Auge, Frau Nachbarin! So was ist man an ihr nicht gewöhnt. Ihre Auge glänzen ja noch!« Marie, die den Gruß des Tamburmajors erwidert hat, fühlt sich ertappt. »Und wenn? Trag sie ihre Auge doch zum Jut und lasse sie putzen. Vielleicht glänze sie noch, dass man sie für zwei Knöpfe kaufen könnte.« »Was? Sie! Sie, Frau Jungfer! Ich bin eine hornette Person, aber Sie, sie guckt ja sieben paar lederne Hosen durch!« Marie schlägt empört das Fenster zu »Luda!« und verschwindet mit ihrem Kind im Haus. »Komm, mein Bub! Was die Leute wollen! Bist doch nur ein arm Hurenkind und machst deiner Mutter Freude mit deinem unehrlichen Gesicht! »Sassara, sassara, sassara, sassara!« Sie singt Verse, die nach einem Schlaflied klingen, jedoch ihre Sehnsucht nach einem lockeren Leben verraten. »Mädel, was fängst du jetzt an? Hast dein Kleinkind und kein Mann? Ei, was frag ich danach? Sing ich die ganze Nacht? Ei, ja, popp, ei, ja, mai, pup! Joche!« Plötzlich klopft es am Fenster. Woizek erscheint. Er wirkt abgehetzt und verwirrt. »Was hast du, Franz? Du siehst so verstört?« »Marie, es war wieder was. Viel steht nicht geschrieben. Und sieh, da ging ein Rauch vom Land wie der Rauch vom Ofen. Mann!« »Es ist hinter mir hergegangen bis vor die Stadt. Was soll das werden?« »Franz!« »Ich muss fort!« Er verabredet sich mit Marie für abends zur Messe, überlässt ihr sein Erspartes und verschwindet. Marie fürchtet, er könnte wahnsinnig werden. Der Mann, so vergeistert. Er hat sein Kind nicht angesehen. Er schnappt mir noch über mit den Gedanken. Woizek begibt sich zum Doktor, dem er sich als Versuchsobjekt für medizinische Experimente zur Verfügung gestellt hat. Der Doktor bezahlt Woizek dafür, dass er sich wochenlang ausschließlich von Erbsen ernährt. »Hatt ihr schon seine Erbsen gegessen, Woizek? Nichts als Erbsen, Kruzifere, merke er sich's!« Das Verpflegungsgeld vom Militär, das Woizek durch die Erbsendiät erspart, lässt er sich ausbezahlen. Dafür muss er regelmäßig seinen Urin zu Untersuchungszwecken zur Verfügung stellen. Doch Woizek hat seinem dringenden Bedürfnis auf der Straße nachgegeben und somit den Vertrag verletzt. Darüber ist der Doktor erzürnt und stellt Woizek zur Rede. »Was erlebe ich, Woizek? Ein Mann von Wort! Ihr! Ihr! Ich hab's gesehen, Woizek. Er hat auf die Straße gepisst, wie ein Hund, und doch drei Groschen täglich und kost. Woizek, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht, sehr schlecht.« Woizek versucht, sich vor den Anschuldigungen des Doktors zu retten. »Wenn einem aber die Natur kommt, Herr Doktor...« »Wenn einem die Natur kommt...« »Die Natur kommt!« »Hab ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus Constrictor Wesitze dem Willen unterworfen ist.« »Die Natur!« Woizek, der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Haaren nicht halten können. Es ist Betrug, Woizek.« Woizek kann auf des Doktors Befehl keinen Haaren mehr lassen. »Ich kann nicht, Herr Doktor.« Und gibt sich philosophischen Ergüssen über die Natur und das Sein und das Nichtsein hin. Er vertraut dem Doktor seine Ängste an. »Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne in Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir gerät.« Der Doktor interpretiert Woizeks Ausführungen als wissenschaftlich interessante Spinnereien. Woizek, er hat die schönste Aberratio Mentalis Partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt. Woizek, er kriegt eine Zulage. Zweite Spezies, fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut noch alles wie sonst, rasiert seinen Hauptmann, isst seine Erbsen, tut seinen Dienst. Woizek salutiert gehorsam. »Jawohl, immer ordentlich. Herr Doktor, das Geld für die Menage kriegt meine Frau.« Der Doktor erteilt seine Instruktionen. »Weiterhin Erbsen essen. Er ist ein interessanter Kasus. Er kommt noch ins Narrenhaus. Subjekt Woizek, halt er sich brav. Zeig er seinen Puls.« »Mmm, ja.« und entlässt ihn mit dem Versprechen, einen Groschen Zulage die Woche zu erhalten. In der Stadt wird das jährliche Kirchweihfest mit einem Jahrmarkt gefeiert. Das Volk vergnügt sich in den hell erleuchteten Buden und belustigt sich an diversen Spektakeln. Woizek und Marie überqueren den Markt und betreten eine Schaubude. »Was Licht!« »Ja, Marie. Schwarze Kerzen mit feurigen Augen. Hi, was ein Abend!« Der Tambur-Major sieht Marie und kann die Augen nicht mehr von ihr lassen. Er folgt ihr mit dem Unteroffizier ins Zelt. Dort führt der Budenbesitzer ein Pferd als verwandelten Professor vor. »Meine Herren, dies Tier, was Sie da sehen, Schwanz am Leib, auf seine vier Hufe, ist Mitglied von aller gelehrten Sozietät, ist Professor an unserer Universität, wo die Studente bei ihm reiten und schlagen lernen. Das war einfacher Verstand. Denk jetzt mit der doppelten Raison. Was machst du, wenn du mit der doppelten Raison denkst? Ist unter der gelehrten Sozieté da ein Esel?« Als der Gaul seinen Kopf schüttelt, brüllen die Zuschauer vor Vergnügen. »Sehen Sie jetzt die doppelte Raison? Das ist Physionomik. Ja, das ist kein viehdummes Individuum. Das ist ein Person, ein Mensch, ein tierischer Mensch und doch ein Vieh, ein Beet.« Das Pferd pisst vor die versammelte Menschenmenge. »So, beschämme die Sozieté. Sehen Sie, das Vieh ist noch Natur, unideale Natur. Lernen Sie bei ihm. Sehen Sie, was Vernunft? Es kann rechnen und doch nicht an den Fingern herzählen. Warum? Kann sich nur nicht ausdrücken, nur nicht explizieren. Ist ein verwandelter Mensch. Sagt den Herren, wie viel Uhr ist es? Wer von den Herren und Damen hat ein Uhr? Ein Uhr?« Marie will das Spektakel besser sehen und klettert auf den ersten Platz. Der Tambourmajor hilft ihr dabei und sie nähern sich einander. »Das ist ein Weibsbild.« Der Tambourmajor ist von Marie beeindruckt und folgt ihr auf Schritt und Tritt. »Marie.« Das Mädchen kann den Schmeicheleien des forschen Bewunderers nicht länger widerstehen. Sie reizt ihn durch Widerstand, dann gibt sie seinem Drängen nach und lässt ihn in ihre Kammer. »Geh einmal vor dich hin. Über die Brust wie ein Rind und ein Bart wie ein Löw. So ist keiner. Ach, ich bin stolz vor allen Weibern.« »Wenn ich am Sonntag erst den großen Federbusch habe und die weiße Handschuh. Donnerbetter. Der Prinz sagt immer, Mensch, er ist ein Kerl.« »Ach was, Mann.« »Und du bist auch ein Weibsbild.« »Sappament.« »Wir wollen eine Zucht am Burmajoris anlegen.« »Lass mich.« »Wildt hier.« »Rühr mich an.« »Sieht dir der Teufel aus den Augen?« »Meinetwegen.« »Es ist alles eins.« Marie wirft alle Bedenken über Bord und gibt sich dem Tamburmajor hin. Der Doktor hält im Hof vor seinen Studenten eine anschauliche Vorlesung, die er durch Späße aufzulockern versucht. Er vergleicht sich mit David, der nach Bad Seba ausspäht, doch statt nackter Mädchen nur Unterhosen sieht, die im Garten zum Trocknen hängen. Der Doktor steht mit einer Katze am Dachfenster und blickt auf die versammelte Hörerschaft und Woizek hinab. »Meine Herren, wir sind an der wichtigen Frage über das Verhältnis des Subjekts zum Objekt. Meine Herren, wenn ich diese Katze zum Fenster hinauswerfe, wie wird sich diese Wesenheit zum Zentrum Gravitationis gemäß ihrem eigenen Instinktverhalten? Hey, Woizek! Woizek!« Er schleudert die Katze aus dem Fenster und tritt vor die Menge. Woizek hat die beißende Katze aufgefangen. Das verschreckte Tier sucht sofort das Weite. »Meine Herren, das Tier hat keinen wissenschaftlichen Instinkt. Sie können dafür was anderes sehen. Woizek!« »Sehen Sie, der Mensch, seit einem Vierteljahr ist er nichts als Erbsen. Bemerken Sie die Wirkung. Fühlen Sie einmal. Was ein ungleicher Puls. Und die Augen!« Woizek, der infolge der Erbsendiät an Schwindelanfällen leidet, »Herr Doktor, es wird mir dunkel.« ist einer Ohnmacht nahe. »Courage, Woizek! Noch ein paar Tage und dann ist's fertig. Fühlen Sie! Meine Herren, fühlen Sie!« »Apropos, Woizek bewegt den Herrn doch einmal die Ohren. Ich hab es Ihnen schon zeigen wollen. Zwei Muskeln sind bei Ihnen tätig. Allons! Frisch! Bestie! Soll ich dir die Ohren bewegen?« Woizek bekommt das Zittern. Er ist in Gedanken bei Marie, deren Untreue erahnt. Marie sitzt, in Gedanken beim Tamburmajor, mit dem Kind auf dem Schoß in ihrer Kammer. Sie singt ihm ein Lied, um es endlich zum Schlafen zu bringen und mit sich allein zu sein. »Mädel, mach's Ladl zu, es kommt der Zigeuner-Buh, führt dich an deiner Hand fort ins Zigeunerland.« Sie betrachtet, verzückt ihr Spiegelbild, das sie mit den beiden Ohrringen zeigt, die ihr der Tamburmajor geschenkt hat. Was die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Es ist gewiss Gold. Wie wird's mir beim Tanzen stehen? Unser eins hat nur ein Eckchen in der Welt und ein Stück Spiegel. Und doch hab ich einen so roten Mund, als die großen Madame mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihren schönen Herren, die ihnen die Hände küssen. Ich bin nur ein arm Weibsbild. »Still, Pupp! Die Augen zu! Das Schlafengelchen! Wie's an der Wand läuft! Die Auge zu! Oder es sieht dir hinein, dass du blind wirst!« Als Wojcik plötzlich die Kammer betritt, versucht sie, die Ohrringe zu verstecken. Wojcik schöpft zum ersten Mal Verdacht und zeigt sein Misstrauen. »Was hast du?« »Nix!« »Unter deinen Fingern glänzt's ja... ein Ohrringlein hat's gefunden!« »Ich hab so noch nix gefunden. Zwei auf einmal!« »Bin ich ein Mensch?« Wojcik unterdrückt seine Verwunderung, forscht aber nicht weiter. »Es ist gut, Marie. Was der Bub schläft. Greif ihm unters Ärmchen. Der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leute! Da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung und was von meinem Hauptmann. Ich muss fort. Heute Abend, Marie. Adios.« »Gott vergelt's, Franz.« Marie bleibt zurück, geplagt von Gewissensbissen. »Ich bin doch ein schlechter Mensch. Ich könnte mich erstechen. Ach, was Welt! Geht doch alle zum Teufel, Mann und Weib!« Auf der Straße begrüßen der Hauptmann und der Doktor in vertrauter Ironie und lassen einander ihre gegenseitige Verachtung spüren. »Wohin so eilig, geehrter Herr Sargnagel?« »Wohin so langsam, geehrter Herr Exerzierzagel?« Nach einem verbalen Schlagabtausch verliert sich der Doktor in düsteren Prophezeiungen über den Gesundheitszustand des Hauptmannes und sagt ihm einen Schlaganfall voraus. »Hm, aufgedunsen, fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine apoplexiert Cerebri kriegen. Sie können sie aber vielleicht auch nur auf der einen Seite bekommen und auf der einen gelähmt sein. Oder aber Sie können im besten Fall geistig gelähmt werden und nur fortvegetieren. Das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten vier Wochen.« »Als Sie sich verabschieden wollen, hetzt Wojcik an Ihnen vorbei.« »Hee, Wojcik! Was hetzt er sich so an uns vorbei? Bleib er doch, Wojcik!« Die feinen Herren lassen von ihren Sticheleien ab, um sich gemeinsam gegen das unter ihnen stehende Individuum zu verbünden. »Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneit sich an ihm. Er läuft, als hätte er ein Regiment Kastrierte zu rasieren und würde gehängt über dem längsten Haar noch vor dem Verschwinden. Aber was wollte ich doch sagen. Wie ist Wojcik? Hat er noch nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? Hm? Er versteht mich doch. Ein Haar eines Menschen? Vom Bart eines Sapeurs? Eines Unteroffiziers? Eines Eines Tambur-Majors? Hm? Wojcik? Aber er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie anderen. Die deutlichen Anspielungen des Hauptmanns über Maries Verhältnis mit dem Tambur-Major verfehlen nicht ihre Wirkung. Was der Kerl ein Gesicht macht. Vielleicht nur noch nicht in der Suppe. Aber wenn er sich eilt und um die Eck geht, so kann er vielleicht noch auf ein paar Lippen eins finden. Ein paar Lippen, Wojcik, Kerl. Er ist ja kreideweiß. Wojcik, der ohnehin an Maries Treue zweifelt, verliert den Boden unter seinen Füßen. Der Verlust Maries, das fühlt er in diesem Augenblick, wäre sein Untergang. Herr Hauptmann, die Erd ist höllenheiß, mir eiskalt. eiskalt. Die Hölle ist kalt und wir wetten. Unmöglich. Mensch. Mensch. Unmöglich. Wojcik verliert die Fassung, worauf ihm der Hauptmann droht. Will er, will er ein paar Kugeln vor dem Kopf haben? Er sticht mich mit seinen Augen und ich meine es gut mit ihm, weil er ein guter Mensch ist, Wojcik. Ein guter Mensch. Der Doktor nützt Wojciks Verwirrung für Untersuchungen und Messungen. Den Puls, Wojcik. Den Puls. Klein, hart, hüpfend, unregelmäßig, Gesichtsmuskeln starr, gespannt, zuweilen hüpfend. Wojcik taumelt davon. Ich gehe. Es ist viel möglich. Der Mensch. Es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter, Herr Hauptmann. Sehen Sie? So ein schöner, fester, grauer Himmel. Man könnte Lust bekommen, ein Kloben hineinzuschlagen und sich daran zu hängen. Nur wegen des Gedankenstriches. Zwischen Ja und wieder Ja und Nein. Herr Hauptmann, Ja und Nein. Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will darüber nachdenken. Er lässt den Doktor und den Hauptmann stehen und eilt zu Marie. Guten Tag, Franz. Ach, bist du's noch? Eiferhaftig? Nein, man sieht nichts. Was siehst du so sonderbar, Franz? Ich fürchte mich. Wojcik wirft ihr die Gerüchte über den Major ins Gesicht. Er sucht ein Zeichen von Schuld an ihr, das er aber nicht findet. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Oh, man müsst's sehen. Man müsst's greifen können mit Fäusten. Was hast du, Franz? Du bist hirnwütig, Franz. Es gehen viele Leute durch die Gasse, nicht wahr? Und du tust reden, mit wem du willst. Was geht das? Mich? Hat er da gestanden? Da? Das und so bei dir? So? Ich wollt, ich wär er gewesen. Er, er. Ich kann die Leute die Straße nicht verbieten und wehren, dass sie ihr Maul mitnehmen, wenn sie durchgehen. Und die Lippen nicht zu Hause lassen. Es wär schade. Sie sind so schön. Aber die Wespen setzen sich gern drauf. Und was ne Wespe hat dich gestochen? Du siehst so verrückt wie eine Kuh, die die Hornisse jagt. Eine Sünde. So dick und so breit. Es stinkt, dass man die Englischen zum Himmel hinausräuchern könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blase drauf? Wie? Marie, du bist so schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein? Franz, du rätst im Fieber. Teufel! Hat er da gestanden? So? So? Die, weil der Tag lang und die Welt alt ist, können viel Menschen an einem Platz stehen, eine nach dem anderen. Ich hab ihn gesehen. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und nicht blind ist und die Sonne scheint. Mensch! Als Woizek handgreiflich zu werden droht, warnt ihn Marie. Rühr mich an, Franz! Ich hätt lieber ein Messer in den Leib als deine Hand auf meiner. Mein Vater hat mich nicht anzugreifen gewagt, wie ich zehn Jahre alt war, wenn ich ihn ansah. Weib? Nein, es müsste was an dir sein. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinab sieht. Es wäre... Sie geht wie die Unschuld. Nun, Unschuld, du hast ein Zeichen an dir. Weiß ich's? Weiß ich's? Wer weiß es? Woizek lässt sie zurück und flüchtet verwirrt zu Andres auf die Wachstube. Andres singt anzüglich das Lied vom Wirtshaus an der Lahn. Er reizt mit seinem Gesang Woizek, denn das Lied handelt von einer braven Magd, die auf die Soldaten wartet. Frau Wirtin hat ne brave Magd, brave Magd, sie sitzt im Garten Tag und Nacht, Tag und Nacht, sie sitzt in ihrem Garten. Andres! Nu! Schön Wetter! Sonntagswetter! Musik vor der Stadt! Vorhin sind die Weibsbilder hinaus, die Menschen dampfe, das geht! Tanz, Andres, sie tanze! Woizek will in die Gasthäuser, weil er glaubt, Marie dort mit dem Major beim Tanz überführen zu können. Tanz, Tanz! Meinetwege, sitzt in ihrem Garten, bis das Glöckchen Zweifel schlägt und passt auf den Soldaten. Andres, ich hab Kairuh. Narr! Ich muss hinaus. Es dreht sich mir vor den Augen. Tanz, Tanz! wird sie heiß Hände habe. Verdammt, Andres! Was willst du? Ich muss fort! Muss sehen! Du Unfried! Wegen dem Mensch! Ich muss hinaus! Es ist so heiß da hier! Woizek stürzt von Unruhe und Eifersucht gepackt davon und eilt in die Richtung, aus der die Tanzmusik kommt. Im Wirtshaus amüsieren sich Handwerker und geben sich dem Trunk hin. Woizek stellt sich ans Fenster und beobachtet Marie mit dem Tambur-Major beim leidenschaftlichen Tanz. Er, sie, Teufel! Marie schwebt ausgelassen in den Armen des Majors vorbei, ohne Woizek zu bemerken. Immer zu! Immer zu! Immer zu! Woizek weiß, dass er Marie verloren hat und glaubt, die Welt müsse untergehen. Doch das wilde Treiben um ihn geht ungestört weiter. Immer zu! Immer zu! Immer zu! Immer zu! Dreht euch! Wälzt euch! Warum bläst Gott nicht die Sonn aus, dass alles in Unzucht sich übereinander wälzt? Mann und Weib, Mensch und Vieh tut's am hellen Tag, tut's einem auf den Händen wie die Mücken Weib! Das Weib ist heiß! Heiß! Immer zu! Immer zu! Der Karl, der an ihr herumgreift, an ihrem Leib, er hat sie wie ich zu Anfang. Woizek kann den Anblick nicht mehr tragen und flieht auf das freie Feld, um Ruhe zu finden. Dort lässt er sich ins Gras fallen. Er hat noch immer das tanzende Paar vor seinen Augen. Er hört Musik, die ihm suggeriert, Marie zu töten. Immer zu! Immer zu! Still! Musik? Was? Was sagt dir? Lauter! Lauter! Stich! Stich! Die Zickwolfin tot! Stich! Stich! Die Zickwolfin tot! Soll ich? Muss ich? Höre ich's da auch? Sagt's der Wind auch? Höre ich's immer! Immer zu! Stich! Tot! 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 Getrieben von seinen Wahnvorstellungen eilt er in die Stadt zurück. Im Wirtshaus wird Wojcek mit seinem Rivalen konfrontiert. Der Tambur-Major prahlt vor der Menge und provoziert seinen Gegenspieler. Ich bin ein Mann! Ein Mann, sag ich! Wer will was? Wer kein besoffener Herrgott ist, der lass ich von mir! Ich will ihm die Nase ins Arschloch prühen! Ich will... Du? Kerl! Sauf! Ich wollt die Welt mehr schnappst! Schnaps! Der Mann muss saufen! Wojcek widersetzt sich der Aufforderung des Majors. Der Tambur-Major stürzt sich auf ihn und lässt ihm im Ringkampf seine Überlegenheit spüren. Kerl! Soll ich dir die Zungen aus dem Hals ziehen und sie um den Leib herumwickeln? Soll ich dir noch so viel Atem lassen als ein Weiberforz? Soll ich? Wojcek zieht sich blutend aus dem Kampf zurück und verabschiedet sich mit einer leisen Drohung. Eins nach dem anderen. Wojcek und Andres teilen als Kameraden in ihrer Kammer ein Bett. Wojcek weckt den schlafenden Andres. Andres! Andres! Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumache dreht sich's immer und ich höre die Geigen immer zu immer zu und dann spricht's aus der Wand. Hörst du nix? Ja! Lass sie tanze! Einer ist müd und dann Gott behüht uns Armen. Es rät immer Stich Stich und zieht mir zwischen den Augen wie Messer. Schlaf Narr! Andres! Wojcek hört weiterhin die Stimmen und wird von seinen Todstechfantasien geplagt. Er ahnt, dass Andres mehr von seiner Marie und dem Major weiß. Am nächsten Tag stellt Wojcek Andres im Kasernenhof zur Rede. Hast nix gehört? Was soll ich sagen? Nun, er lachte und dann sagte er ein köstlich Weibsbild. Die hat Schenkel und also heiß. So hat er das gesagt. Von was hat mir doch heut Nacht geträumt? War es nicht von einem Messer? Was man doch für närrische Träume hat. Wohin Kamerad? Meinem Offizier Wein holen. Aber Andres Sie war doch ein einzig Mädel. Wir waren nix adios. Wojtek lässt seinen Kameraden stehen und eilt zum Trödler. Marie sitzt in ihrer Kammer und blättert in der Bibel. Herr Gott, Herr Gott, sieh mich nicht an. Sie trifft auf die Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus einer Hure vergibt. Aber die Pharisäer brachten ein Weib zu ihm im Ehebruch begriffen und stellten sie ins Mittel dar. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Herr Gott, Herr Gott, ich kann nicht. Herr Gott, gib mir nur so viel, dass ich beten kann. Das Kind gibt mir einen Stich ins Herz. Sie ist unruhig, weil Woizek sich seit zwei Tagen nicht mehr blicken ließ. Der Franz ist nicht gekommen, gestern nicht, heute nicht. Es wird heiß hier. Der Narr Karl, ein Idiot, sitzt bei ihr und erzählt sich mit den Fingern Bruchstücke aus einem Märchen. Er kümmert sich um Maries Kind. Der hat die goldene Kron. der Herr König. Morgen hol ich der Frau Königin ihr Kind. Blutwurst sagt komm Leberwurst. Marie blättert in der Bibel weiter und sucht Hilfe bei Lukas, wo Jesus der Sünderin Maria Magdalena vergibt. Und trat hinein zu seinen Füßen und weinete und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küssete seine Füße und salbete sie mit Salben. Der Narr wird still. Alles tot. alles tot. Woizig ist in den Trödlerladen gestürzt, um sich eine Waffe zu besorgen. Das Pistülchen ist zu teuer. Er handelt mit dem Juden einen Preis für ein Messer aus. Sie ist ganz gerad. Wollt ihr euch den Hals mit abschneiden? Ich geb's euch so wohlfeil wie an andere. Ihr sollt einen Tod wohlfeil haben, aber doch nicht umsonst. Was ist es? Er soll einen ökonomischen Tod haben. Zwei Groschen. Das kann mehr als Brot schnagen. Da heißt Obst nichts wäre und es ist doch Geld. Der Trödler schreit dem davoneilenden Woizek nach. Der Hund! Woizek ordnet in der Kaserne seinen Nachlass und schenkt seine bescheidene habe seinem Kameraden Andres. Das Kamisolchen, Andres, ist nicht zur Montur. Du kannst es brauchen, Andres. Das Kreuz ist meiner Schwester und das Ringlein. Ich habe auch noch einen Heiligen, zwei Herze und schön Gold. Es lag in meiner Mutter Bibel und da steht Herr, wie dein Leib war rot und wund, so lass mein Herz sein aller Stund. Mein Mutter fühlt nur noch, wenn ihr die Sonne auf die Hände scheint, das tut nix. Jawohl, Woizek. Woizek zieht seinen Militärpass hervor. Friedrich Johann Franz Woizek Wehrmann Füsilier im 2. Regiment 2. Bataillon 4. Kompanie Geboren Marie Verkündigung den 20. Juli Ich bin heut alt 30 Jahre 7 Monat und 12 Tag Andres ist das Verhalten seines Kameraden unheimlich Er hat Angst Franz Du kommst ins Lazarett Arme Du musst Schnaps trinken und Pulver drin Das töt das Fieber Ja Andres Wenn der Schreiner die Hobelspäne sammelt Es weiß niemand wer seinen Kopf drauf legen wird Mit dieser Todesdrohung lässt er Andres zurück und taucht unter Marie hält auf der Straße unruhig Ausschau Um sich abzulenken spielt sie mit den Kindern aus der Nachbarschaft Ein Mädchen will Marie singen hören Marie sing uns was Marie weigert sich Ich kann nicht Die Großmutter beschwichtigt die Kinder mit einer Geschichte von einem Waisenkind das die Sonne den Mond die Sterne und die ganze Erde als Betrug entlarvt Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter war alles tot und war niemand mehr auf der Welt alles tot und es ist hingegangen und hat gesucht Tag und Nacht und weil auf der Erde niemand mehr war wollte es in Himmel gehen und der Mond guckt so freundlich an und wie es endlich zum Mond kam war es ein Stück Faul Holz und da ist es zur Sonnen gegangen und wie es zur Sonnen kam war es ein verwelkt Sonneblumen und wie es zu den Sternen kam waren es kleine goldene Mücken die waren angesteckt wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt und wie es wieder auf die Erde wollte war die Erde ein umgestürzter Hafen und es war ganz allein und da und geweint und da sitzt es noch und ist ganz allein Marie wird von einer dunklen Ahnung ergriffen Marie Was ist Wojtek ist unerwartet aufgetaucht und fordert Marie auf mit ihm zu gehen ohne ein Ziel zu verraten Marie wir wollen gehen es ist Zeit Wo hinaus weiß ich's Er führt sie zu einem Teich im Wald in der Nähe der Stadt Es ist dunkel Marie hat Angst und will heim Ich muss fort Weißt du auch wie lang es jetzt ist Marie Am Pfingsten zwei Jahr Weißt du auch wie lang es noch sein wird Franz friert's dich Marie und doch bist du warm was du heiße Lippen hast heiß heißen Huren Atem und doch möchte ich den Himmel geben sie noch einmal zu küssen wenn man kalt ist so friert man nicht mehr du wirst vom Morgentau nicht frieren Marie wird die Situation immer unheimlicher was der Mond rot aufgeht wie ein blutig Eisen was hast du vor Franz du bist zu blass Woizek nimmt das Messer hervor und richtet es auf Marie Franz halt ein Franz um des Himmels will Franz Hilfe Hilfe Nimm das und das kannst du nicht sterben so so er sticht besinnungslos auf sie ein bis sie regungslos vor ihm liegt sie zuckt noch noch nicht noch nicht immer noch bist du tot 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 er lässt das blutige Messer fallen und läuft weg wie in Trance eilt er in Marins Kammer wo er den idioten Karl mit seinem Kind antrifft Bub Christian doch der Bub fürchtet sich vor ihm und schreit Woizek überlässt ihn Karl und flüchtet ins Wirtshaus tanzt alle immer zu schwitzt und stinkt er holt euch doch einmal alle Woizek singt und fordert Käthe seine neue Eroberung zum Tanz auf ich hab heiß heiß es ist einmal so der Teufel holt die eine und lässt die andere laufen Käthe du bist heiß warum denn Käthe du wirst auch noch kalt werden er befiehlt Käthe zu singen sie singt doch als Woizek seine Jacke auszieht erstarrt sie mitten im Lied was hast du da an deiner Hand ich ich glaube ich hab mich geschnitten da an der rechten Hand rot blut 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 der lärm ist verstummt die leute drängen sich neugierig um Woizek Teufel was wollt ihr was geht's euch an platz oder der erste teufel meint ihr ich hätte jemand umgebracht bin ich ein mörder was gafft ihr guckt euch selbst an platz er drängt die schaulustigen zur seite reißt sich los und läuft noch einmal in den wald zum tatort zurück das messer wo ist das messer ich hab es da gelassen es verrät mich näher noch näher was ist das für ein platz was höre ich es rührt sich was still da in der nähe er trifft auf die tote marie und spricht mit ihr marie still alles still was bist du so bleich marie was hast du eine rote schnur um den hals bei wem hast du das halsband verdient mit deinen sünden du warst schwarz davon schwarz hab hab ich dich gebleicht was hängen deine schwarzen haare so wild hast du deine zöpfe heut nicht geflochten er findet das messer da liegt was kalt nass still weg von dem platz er wirft das messer ins wasser es taucht in das dunkle wasser wie ein stein nein es liegt so weit vorn wenn sie baden er geht in den teich und wirft das messer weiter hinaus so jetzt aber im sommer wenn sie tauchen nach muscheln es wird rostig wer kann es erkennen hätte ich es zerbrochen bin ich noch blutig ich muss mich waschen da ein fleck und da noch einer er geht immer weiter ins wasser bald hört man die schreie eines ertrinkenden die leute hören von der toten im wald die kinder scharen sich um maries leiche am teich ein polizist nimmt das protokoll auf ein guter mord ein echter mord ein schöner mord so schön als man ihn nur verlangen tun kann wir haben schon lange so keinen gehabt Beuzecks Ende bleibt ein Rätsel so wie auch Büchners Schicksalsfrage der menschlichen Existenz was ist das was in uns lügt stiehlt mordet da × sch Dá